Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer RebornXHD. Willkommen zu einem neuen FIFA 17 Video hier auf meinem Kanal. Jetzt geht's wieder richtig los mit FIFA 17. Starten wir direkt mit einem Pack-Opening hier. Zwei Gratis-Sets habe ich noch, weil ich die Deluxe Edition vorgestellt habe von FIFA. Mit dem Steelbook natürlich. Das Steelbook-Unboxing, das sollte ja normalerweise schon online sein. Aber okay, als erstes fangen wir mal an. Welchen Leichtspieler bekommen wir denn von den vier Cover-Spielern? Okay, gucken wir mal. So. Und wir bekommen acht Spiele. Oh, Rodriguez bekommen wir. Nicht schlecht. Tue ich direkt jetzt mal in Verein rein. So, ihr könnt mir schreiben, ob ihr auch schon FIFA 17 habt. Ob ihr auch schon Packs geöffnet habt und was ihr so bekommen habt. Würde mich mal echt interessieren. Oder vielleicht, wie euer Team aussieht. Jetzt das Inform-Set mit einem Inform aus der Woche. Drei Spiele. Okay, das ist... Ach ja, Castellicho. Castellicho. Keine Ahnung. Jetzt mal für 20 Euro erstmal aufgeladen. Und dann gucken wir mal, was war so raus. So, ich werde die ganze Zeit hier die 7,5k Gold-Packs ziehen. Und erstes Pack mit Hazard. Hazard drauf. Und wir haben einen Non-Ware-Spieler. Ja, das startet ja noch nicht. Marco Reus drin wäre auch nicht schlecht. Aber mal gucken, was kommt. Seltener Spieler. Stürme. Oh, wow, 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 wow. Nicht so der Burner. Nicht so der Burner. Dann haben wir hier das nächste Pack mit Di Maria. Angel Di Maria. Wen haben wir drin? Oh, ein seltener Spieler. Ein Torwart. Laziero. Machetti. Ja, 82. Der war schon mal besser. Ja, was kann man noch so sagen. FIFA 17. Der Hype ist real. Ich habe es heute endlich bekommen. Direkt zum Release. Ein paar Kollegen von mir hatten es ja schon früher. Ja, wir haben leider nur ein paar Spieler. Hatten es ja schon früher. Aber ich bin leider einer, der das in Anführungszeichen erst zum Release bekommen hat. Aber was will man machen? Was will man machen? Solange, wie ich es jetzt hier habe und solange, wie ich jetzt gleich mir ein paar Sachen erspielen kann und so weiter, dann ist alles okay. Reus drauf. Und drinnen ist Stürmer Aduris. Aduris ist ja okay. 84. Ja, vielleicht geht da ja noch ein bisschen was. Aber das lässt sich auf jeden Fall noch steigern. Das lässt sich noch steigern. Linksverteidiger, ja, wie heißt der? Vangioni, genau. Oder Vangioni. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Marco Reus. Come on, Reus. Come on. Gib uns was Gutes. Und wir haben es. Tremolinas haben wir. Tremolinas. Ja, okay. Der wird bestimmt für ein bisschen was noch gehen. Gerade jetzt. Das muss ja noch nicht mal ein High-End-Spieler sein oder so. Wen haben wir hier? Nassi. Ja, es ist Nassi. Okay, Nassi. Ich weiß nicht. Vielleicht geht der ein bisschen. Oh, das Trikot sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Das werde ich direkt aktivieren für das Western-Trikot. Und hier haben wir drin sieben Spiele. Handanovic. Ne, Oblak. Oh. Oblak, ja. Den habe ich auf einem anderen Rekord von einem Kollegen. Zum Grüß an dich hin, falls du das sehen solltest. Und wir haben hier rechtsverteidiger Valencia Monterio. Gegen den hätte ich auch nichts einzuwenden. Aber wir haben hier den Torwart. Lester Zila. Hier haben wir noch ein Pack. Das allerletzte für jetzt. Ich werde mir die anderen Punkte erstmal sparen. Und ein Non-World-Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Aber, okay. So schnell können 20 Euro draufgehen. Jungs, zieht keine Packs. Oh, das Trikot sieht geil aus. Zieht keine Packs. Sonst seid ihr genauso dumm wie ich. Das soll es dann auch jetzt schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video trotzdem unterhalten hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Das war es dann wieder von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer RebornX. Ade. Peace out.